Wir möchten gern wissen, wie Sie heißen. Bennet. Nett, Bennet. Die Frau hat Ihnen wohl schon erzählt, wie wir Sie aufgefunden haben. Ja, das hat sie. Sie sagten auch, dass Sie neuen Weg wüssten, hier durch dieses Tal, der ein paar hundert Meilen kürzer wäre. Aber eins haben Sie Euch nicht gesagt. Kein Mensch ist bisher in Hardy-Bischopsland eingedrungen und lebend wieder rausgekommen. Welchen Grund hat dieser Mann Gewalt anzuwenden? Welchen Schaden hat er zu befürchten, wenn wir doch bloß durchziehen? Es geht ihm nicht um den Schaden. Ihr brecht damit das Gesetz. Bischopsgesetz. Niemand tut das ungestraft. Niemand stiehlt mir ungestraft das Vieh von der Weide. Das heißt, niemand würde es tun, wenn meine Leute in Ordnung wären. Von jetzt ab sind Tag und Nacht zwei Mann in jeder Grenzwerte. Und immer ist einer von beiden wach. Sie wissen eine ganze Menge über diesen Bischop, nicht wahr? Er ist mein Stiefbruder. Er wird nicht das Herz haben, sich herzuwagen. Wenn Bennet etwas hat, dann ein Herz. Aber keine Vernunft. Sonst würde er wissen, was er von mir zu erwarten hat. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020